Всем привет! Сегодня мы начинаем читать новую книгу на уровне A1, A2, которая называется... Так, как же она называется? Ah, «Hai Fische in der Spree» – это «Akule, Spree» – так называется «Reka в Берлине». Как обычно, мы сначала слушаем Audio и затем переводим Text. Kapitel 1 Ein ruhiger, warmer Sommertag liegt über Berlin. Elisabeth Aumann ist gerade aus Köln angekommen und steht an der Spree. Sie schaut auf die große, rote Oberbaumbrücke. Schön oder hässlich? fragt sie sich. Oder beides? Dann geht sie weiter, die Mühlenstraße entlang, in Richtung der Firma Nova Spree. Dort wird sie einen Auftrag bekommen. Sie geht an einem langen Zaun entlang und bleibt auf einmal stehen. Da ist er offen, mit einem breiten Eingang. Sie ist neugierig, geht ein paar Schritte hinein und steht plötzlich in einer anderen Welt. In einer kleinen Stadt mit bunten Buden. Leute kommen auf Fahrrädern an, Junge und Ältere, in allen Hautfarben. Ein Auto kommt und ein Mann mit Jamaikamütze bringt Getränke und Papier. Vor einem bunten Kiosk sitzen junge Leute, trinken Kaffee und unterhalten sich. Aus einer Bude hört man Musik. Elisabeth ist etwas unsicher. Weiter vorn sieht sie den Fluss, die Spree. Am Strand sitzen Gruppen von Jugendlichen im Gras, reden miteinander, lachen und trinken etwas. Eine Gruppe arbeitet mit Farbe an einem Plakat. Elisabeth geht näher heran. Auf dem Plakat sieht man das Bild von einem Fluss und aus dem Wasser kommen Haifischflossen. »Haifische in der Spree! Wer rettet uns?« »Was malt ihr da?«, fragt Elisabeth. »Das wird ein Plakat, ein Protestplakat gegen diese Haie«, erklärt Lara Kunstmann, eine von den Jugendlichen. »Die wollen alles fressen, unsere freien Plätze und Strände an der Spree, alles wegnehmen.« »Und was für Haie sind das?«, will Elisabeth wissen. Plötzlich steht ein Mann neben Elisabeth. »Das sind diese Finanz- und Immobilienfirmen. Die wollen hier alles kaufen, auch die freien Ufer an der Spree.« Elisabeth schaut sich den Mann an. Er ist groß, mit schwarzen Wuschelhaaren. »Nicht unsympathisch«, denkt sie. »Ein starker Mann.« »Ach so, ich möchte mich vorstellen.« »Frieder Kunstmann.« »Elisabeth Aumann.« »Kommen Sie mit. Trinken wir einen Kaffee. Dort auf unserem Hauptplatz. Da erkläre ich Ihnen alles.« Elisabeth nimmt die Einladung an, denn sie will jetzt genaueres wissen. Von Frieder Kunstmann kommen jetzt bittere Worte. »Sehen Sie, diese Firmen wollen hier an der Spree Geschäftshäuser, Büros, Restaurants bauen und brauchen dafür Land. Das Ufer an der Spree ist aber für alle Bürger da. Das muss frei bleiben. Für jeden.« »Und das ist Ihr Protest?« »Genau. Wir, die Bürger, wollen nicht unsere freien Ufer verlieren. Und deshalb gibt es die Bürgerbewegung »Freies Spreeufer«.« Die Jugendlichen vom Strand sind jetzt auch da und hören zu. »Und Sie gehören zu dieser Bürgerbewegung?« »Wir alle hier. Und ich organisiere das. Auch das Spree-Land hier«, erklärt Kunstmann. »Warum sind Sie hier? Arbeiten Sie für eine Zeitung?« fragt Lara Kunstmann und zeigt auf den Aktenkoffer von Elisabeth. »Nein, ich gehe gerade zu Nova Spree, drüben im großen Haus. Da gibt es Arbeit.« »Buh!« machen plötzlich alle Jugendlichen und sehen Elisabeth unfreundlich an. »Was ist los? Stimmt etwas nicht?« Elisabeth versteht nicht. »Ich gehe jetzt lieber, sonst komme ich zu spät.« »Wir sehen uns wieder. Ganz sicher.« Frieda Kunstmann gibt ihr die Hand. »Bald werden Sie verstehen.« Elisabeth geht langsam auf die Straße zurück. »Ein ruhiger, warmer Sommerstag liegt über Berlin.« »Spокойный, теплый, теплый летний день лежит над Berlin.« Elisabeth Aumann ist gerade aus Köln angekommen und steht an der Spree. Elisabeth Aumann как раз приехала aus Köln, она прибыla und steht an der Spree.« Это река, название реки. »Die Schaut auf die Straße rote Oberbaumbrücke.« Она смотрит на большой, красный Oberbaumbrücke.« Это название моста, который идет через эту реку в Берлине. »Schön oder hässlich?« fragt sie sich. »Ode beides?« »Красивый или ужасный?« спрашивает она себя. Или и то, и другое. »Tan geht sie weiter. »Die Möllenstraße entlang in Richtung der Firma Noverspray.« Тогда, ну, затем идет она дальше. «Вдоль Möllenstraße в направлении к фирме Noverspray.« Dort wird sie einen Auftrag bekommen. Там она получит задание, да, заказ. »Sie geht an einem langen Zaun entlang und bleibt auf einmal stehen.« Она идет вдоль длинного забора и, на секундочку, да, на один момент останавливается. Da ist er offen, mit einem breiten Eingang. Тут он открыт, да, этот забор, с большим, с широким входом. Sie ist neugierig, geht ein paar Schritte hinein und steht plötzlich in einer anderen Welt, in einer kleinen Stadt mit bunten Böden. Она любопытна и заходит на пару шагов вовнутрь и стоит неожиданно, но, оказывается, неожиданно в другом мире, в маленьком городе с разноцветными, ну, будками, да, ларьками или, как еще назвать, киосками. Ну, назовем ларьками. Leute kommen auf Rädern an, junge und ältere in allen Hautfarben. Люди приезжают на велосипедах, молодые и старые, всех цветов кожи. Ein Auto kommt, und ein Mann mit Jamaika-Мütze bringt Getränke und Papier. Приезжает машина и машина в jamaайские шапки, приносит напитки и бумагу. Vor einem bunten Kiosk sitzen junge Leute, trinken Kaffee und unterhalten sich. Перед разноцветным киоском сидят молодые люди, пьют кофе и общаются. Aus einer Bude hört man Musik, из одного ларька слышно музыку. Elisabeth ist etwas unsicher. Elisabeth немного неуверена. Ich passe nicht hierher, ich bin zu elegant wie eine Geschäftsfrau. Ich komme nicht hierher, ich bin zu elegant wie eine Geschäftsfrau. Weiter vorne sitzt sie den Fluss, die Spree. Die Spree. Dalleen, спереди, да, подальше, спереди, видит она речку, Spree. Am Strand sitzen Gruppen von Jugendlichen im Gras, reden miteinander, lachen und trinken etwas. Am Strand sitzen Gruppen von Jugendlichen im Grasen. 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 Eine Gruppe arbeitet mit Farbe an einem Plakat. Одна группа работает красками над плакатом. Elisabeth geht näher heran. Elisabeth подходит к нему ближе. Auf dem Plakat sieht man das Bild von einem Fluss und aus dem Wasser kommen Haifischflossen. На плакате видно изображение реки, и из воды выглядывают плавники акул. Вот мы видим. И надпись. Акул в спре, кто нас спасёт. Was machte ihr da? fragt Elisabeth. Что вы тут рисuete? Das wird ein Plakat, ein Protestplakat gegen diese Haie, erklärt Lara Kunstmann, eine von den Jugendlichen. Die wollen alles fressen. Unsere freienplätze und strände an die Spreie. Alles wegnehmen. Они хотят всё сожрать. Und was für heute sind das? will Elisabeth wissen? Und was für heute sind das? will Elisabeth wissen? Plötzlich steht ein Mann neben Elisabeth. Неожиданно стоит машина в узле Elisabeth. Das sind diese Finanz- und Immobilienfirmen. Это эти финансовые и фирмы по недвижимости. Sie wollen hier alles kaufen, auch die freien Ufer an der Spreie. Они хотят здесь всё купить. Также свободные Пляжи на Spreie. Elisabeth schaut sich den Mann an. Er ist groß, mit schwarzen Вишельхаaren, nicht unsympathisch, denkt sie. Ein starker Mann. Elisabeth смотрит на мужчину. Er ist groß, mit schwarzen Wäldern, nicht unsympathisch, nicht unsympathisch. Denkt sie ein starker Mann? denkt sie, ein starker Mann? Ach, so. Ich möchte mich vorstellen. Friede Kunstmann. Ach, так, я хотел, я бы хотел бы представиться. Frieder Kunstmann. Elisabeth Aume. Elisabeth Aume. Kommen Sie mit, trinken wir einen Kaffee dort auf unserem Hautplatz. Prойдемте, мы выпьем кофе там, на нашей, ну, главном месте, да, главной площади. Da erkläre ich Ihnen alles, там я вам все расскажу. Elisabeth nimmt die Einladung an, denn sie will jetzt genaueres Wissen. Elisabeth принимает приглашение, так как или ведь она хочет знать genaueres подробности. Von Frieder Kunstmann kommen jetzt bitte ein Wort. Sehen Sie, diese Firmen wollen hier an die Spree Geschäftshäuser, Büros, Restaurants bauen und brauchen dafür Land. Видите ли, вы, видите ли вы, эти фирмы хотят здесь на Spree, бизнес-центры, офисы, рестораны построить и им нужна для этого земля. Das Ufer an der Spree ist aber für alle Bürger da. Das muss frei bleiben, für jeden. Und das ist ihr Protest? Genau. Tочно. Wir, die Bürger, wollen nicht unsere freien Ufer verlieren. Мы, граждане, не хотим наши свободные берега потерять. Und deshalb gibt es die Bürgerbewegung, freie Spree-Ufer. И поэтому существует это народное движение. Свободные берега спреи. Спреи. Die Jugendlichen vom Strand sind jetzt auch da und hören zu. Молодежь с Пляжи тоже здесь и слушает. Und sie gehören zu dieser Bürgerbewegung. И вы тоже относитесь к этому народному движению. Wir alle hier. Все мы здесь. Und ich organisiere das auch das Spree-Land hier, erklärt Kunstmann. Warum sind Sie hier? Почему вы здесь? Arbeitende für eine Zeitung? fragt Lara Kunstmann und sagt auf den Aktenkofer von Elisabeth. Nein, ich gehe gerade zu Novo Spree, drüben im großen Haus. Нет, я как раз иду к Novo Spree, по ту сторону, в большом доме. Da gibt es Arbeit, там есть работа. Buh, machen plötzlich alle Jugendlichen und sehen Elisabeth unfreundlich an. Buh, да? Делают. Ну, говорят, да? Неожиданно вся молодежь и смотрят на Elisabeth недружелюбно. Was ist los? Что случилось? Stimmt etwas nicht? Что-то не так? Elisabeth versteht nicht. Elisabeth nicht понимает. Geh jetzt lieber, sonst komme ich zu spät. Я лучше пойду, иначе я опоздаю. Wir sehen uns wieder, ganz sicher. Мы еще видимся. Совершенно точно, да? Уверен. Frieden Kunstmann gibt ihr die Hand. Frieden Kunstmann дает ей руку. bald werden sie verstehen. Скоро вы поймете. Elisabeth geht langsam auf die Straße zurück. Elisabeth идет медленно назад на дорогу. Конец. А мы увидимся с вами в следующей части. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok